Moin liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zum FIFA 21 Karrieremodus mit dem Hamburger Sportverein heute gegen Union Berlin, die mit uns quasi auf einem Punktestand sind, wenn nicht quasi, ja doch quasi und das bedeutet wir müssen natürlich heute auch alles geben um zu gewinnen, denn diese Spiele sind da um zu gewinnen und ja deswegen hoffe ich doch, dass wir gewinnen. Oh mein Gott, Gewinne, 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 wie bei diesen Losen auf dem Jahrmarkt oder Freimarkt oder wie auch immer man das in eurer Gegend nennt, ja wir haben zum Glück in unserem Leben die ersten drei Punkte in der Bundesliga gesammelt nach wie vielen Spieltagen, waren ja nur sieben oder so, deswegen bin ich doch mal ganz froh, dass wir das mal geschafft haben. Oh, schönes Ding, wow. Okay, vielleicht sollte ich das öfter mal so benutzen, das wäre ziemlich cool, wenn der mal so direkt ankommt würde, egal, heute im Stadion von Union Berlin, unsere Liebe, unsere Mannschaft, Sönder-Buhl-Halde oder so ähnlich, Eisern-Union, niemals vergessen, krass. Was? Das originale Union Berlin-Stadion oder was? Ist ja cool. Mann, Mann, Mann. Was eigentlich mit diesen Hintergründen? Sind die eigentlich echt? Also sind die so nachempfunden von der Realität oder... Gladbach erster. Puh, Bayern zweiter. Leverkusen. Hauptsache, oh, Entschuldigung. Schlechteste Defensive. Tore. 20 Tore. Ha, ha, scheiße. Ja, wundert mich nicht. Ähm... Was wollte ich sagen? Hauptsache, wir halten uns von der Abstiegszone fair. Und... Ja, ich meine, Europa, das wird dieses Jahr wahrscheinlich nichts werden. Das können wir wahrscheinlich abhaken, aber das macht ja nichts. Man muss ja auch ein Jahr sich erstmal Bundesliga-mäßig behaupten. Nein, Mann, weil dieser Pass so komisch ankam. So ein Dreck. Kruse. Max Kruse. Mann, Mann, Mann. Der war mal gut bei Werder, ey. Und jetzt? Schön, Haia. Schön. Unser Defensivspiel ist jetzt einfach zu krass durch diese energische Abfangssache. Diese Jahr vorher... Oh, Romario. Nicht schlecht. Große Kalzone. Romario, was eine Wendung. Du, ach, schön. Da ist Robin Hack. Und Jomelin steht C-Defensiv. C. Sehr, sehr C. Aber ganz ehrlich, wir haben Romario und... Vince Heimer, der... Ähm... Fünf-Sterne-Skiller. Und da ist Romario und der will nicht sein erstes Tor machen. Aber Dudziak macht einfach den Ball dann rein. Und schon steht es 1 zu 0 für uns. Mann, Mann, Mann. Einfach gemacht hier. Ah. Krass. Mensch, da kam der Ball an C. Das ist jetzt als Vorlage von Romario. Ich weiß es nicht. Aber das sah doch schon mal ganz gut aus. Sehr schön. Ach, Mensch. Ich wollte eigentlich Haia ja in die Innenverteidigung stellen. Na gut. Habe ich vergessen. Mache ich vielleicht nach dem Spiel. Werde ich wahrscheinlich trotzdem nicht dran denken. Kruse. Max Kruse. Der gute alte Max Kruse. War so ein super Spieler bei Werder. Ich weiß gar nicht, wie es danach weiterging. Ich weiß, er ist zu Fenerbahce gegangen. Habe so ein bisschen was wegen Geld und so gehört. Aber ich halte mich da raus. Ich habe da überhaupt keine Ahnung, wie das da abgeht. Ähm. Wer nun recht hat und nicht. Da bin ich. Da habe ich einfach überhaupt keine Aktien drin. Da weiß man immer nichts. Man ist ja nie dabei. Auch wenn man vermeintlich alles weiß durch irgendwelche Recherchen, weiß man eigentlich doch in Wirklichkeit gar nichts. Denn man ist ja nicht vor Ort. Äh. Okay. Genug Moralpredigt. Aber jetzt bei Union Berlin scheint es ja auch wieder zu laufen für den guten Jungen. Der war mal so gut. Da habe ich mich auch gefragt, warum der nicht in der Nationalmannschaft war. War doch echt ein merkwürdiges Unterfangen. Oh Mario. Setz dich nicht durch. Max Kruse kämpft. Lange mal nach vorne. Ich werde mir vielleicht Max Kruse kaufen, wenn ich da mal so drüber nach. Ja. Wobei das sehr merkwürdig ist. Ex Bremer und so. Ich kann mir nicht vorstellen, der würde wahrscheinlich nicht nach Hamburg wechseln. Sagt man so. Und dann hat man da andere Beispiel. Egal. Passt ja. Egal. Ist ja nicht so wichtig. Aber ich mag halt Max Kruse als Spielertyp. Mochte ich den halt immer relativ gerne. Oh. Weg damit. Uh. Dudziak. Sehr schön. Schön. Da ist Dudziak. Da ist. Der lange Ball auf Robin Hack. Der ist einfach schneller als ein Harry Kane. Schön. Schön. Was für Bewegungen. Schön. Bringt nur nichts. Da ist Winsheimer. Kein energischer Zweikampf von Union Berlin hier. Dudziak. Kommt schon. Warum ist da keiner frei, Mann? Die stehen so kacke defensiv. Das ist unfassbar eklig. Schön. Da ist Dudziak. Da ist der Ball. Romario macht sein Tor. Ist es sein erstes Tor für uns? Ich meine, das hat sich abgezeichnet. Union Berlin defensiv überhaupt nicht da. Mann, Mann, Mann. Absolut keine gute Defensivarbeit von Union Berlin. Da haben wir es auch nicht schwer. Dudziak legt den da immer ab. Romario kommt da ja auch noch frei zum Schuss. Gegen andere Mannschaften hätte das absolut nichts gebracht. Mann, Mann, Mann. Rudi. Sebastian Rudi? Ja, schon. Echt? Für Union Berlin-Verhältnisse ist es eigentlich mal gut nachgelegen. Prömel kenne ich halt absolut nicht. Becker. Ich meine, ich halte jetzt Sebastian Rudi nicht für den krassesten Spieler oder sowas. Aber der ist halt ja schon. Ähm. Jemand, bei dem man nicht erwartet, dass der unbedingt zu Union Berlin wechselt. Becker. Eieieiei. Jetzt wollen sie es doch offensiv nochmal wissen. Da ist Max Kruse, Prömel. Randa, mein Freund. Rudi. Jetzt. Komm schon, rede doch Randa einfach, Mann. Eine Millisekunde davon entfernt. André hatte absolut keine Chance, den Ball zu bekommen. Und deswegen ist das umso beschissener. Prömel. Jetzt machen sie hier so Ballbesitz. Hacke, Spitze. Eins, zwei, drei. Aber das macht nichts. Da ist Dudziak. Dudziak schickt einfach den guten Winsheimer, der das verkackt. Ach, komm schon. Flanke. Kopffall. Nein. Schade. Da ist der gute Tim Leibold. Leibold ist echt absolut einer meiner Lieblingsspieler hier. Das mal so sagen darf. Nein, darf ich nicht. Mach ich trotzdem. Ähm. Romario mit einem bisschen skilligen. Schön. Ach, kacke. Ich habe extra abgewartet, weil ich nicht wusste. Hätte ich irgendwie anders lösen müssen. Prömel. Mit ein paar Ballrollen. Knoche. Der Robin. Echt? Sag ich doch. Was ist das mit Transfers? Das sind doch oberes Mittelfeldmannschaften, sag ich mal so dazu. Deswegen finde ich das ja so krass. Komm schon. Prömel. Kruse. Guck mal, wie sie uns hier wegdrücken gerade. Offensiv. Sag ich. Und gewinne den Zweikampf. Dudziak. Schön. Hack. Schön. Romario. Bringt nix. Weil Hack kommt nicht von der... Also wenn das kein Foul war, dann weiß ich auch nicht, Alter. Wie will man das rechtfertigen? Als Körpereinsatz? Das kann doch nicht sein. Schön. Robin Hack. Da ist Romario. Der schickt einfach mal den guten Bacchariata. Der gute Jatta. Da ist Romario. Okay. Schon habe ich es vertändelt. Das war dumm. Es war saudumm. Ich wusste halt absolut nicht, wohin. Union Berlin hat Druck gemacht. Aber gut. 2 zu 0 zur Pause. 2 zu 0 zur Pause. Sehr schön. Ach. Kommt schon. Barro ist ein bisschen... Der gute Romario ist ein bisschen kaputt. Opoku Giamera. Sorry, Kittel. Kittel. Hm. Machen wir so. Und Giamera. 73. Warte. Der nicht eine 74? Der Wiesinger. Der ist zuverlässig. Habe ich gehört. Ich meine, das ist einer seiner hier Zuverlässigkeit. Oh, beide. Oh, schön. Anfällig für Verletzungen. Das ist halt das Ding, ne? Rechtsverteidiger. Anfällig für Verletzungen. Keine gute Sache. Egal. Wir gehen so in die zweite Halbzeit. Anstoß Winsheimer. Sehr schön. Kittel. Kittel. Zombie. Uff. Das war eine druckvolle Phase. Wiesinger. Ei, ei, ei. Kommt schon, Leute. Nein. Was machen die denn da hier? Oh, shit. Bülter. Giamera. Geht da raus. Bülter. Das kann doch einfach nicht wahr sein. So. Sehr schöner. Ja, passt da, Fette. Also Union Berlin will jetzt hier nochmal richtig Gas geben. Und das gefällt mir absolut nicht, weil jetzt auch noch alles klappt, wie es soll, ja? Alter, komm. Ja, danke. Kittel. Schick den guten Jatter. Winsheimer. Läuft da ein bisschen an. Spielt einen Ball zu Hack, den er noch kriegt, alter Schwede. Okay. Nehmen wir das so. Ich muss mal eine Möglichkeit finden, diesen Ball besser zu spielen. Aber da ist das 3-0. Ach Mann, das war doch schön. Das hat sich, also das hat Hack sich da auch erarbeitet, dieses Tor. Mann, 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 Mann. Mit Abstand der beste Spieler in meiner Skalas. Und absolut gut, was seine Bewegungen und so angeht. Und dann haben sie das schlecht verteidigt. Hat Union Berlin versucht, mich zu doppeln. Hat den Duziak gedoppelt. Duziak heute auch in einer bestechenden Form. Wirklich. Wow. Bestechend im Sinne von, der hat Geld für den Schiri ausgelegt. Nein. Nicht so. Aber. Die Nummer 13. Einfach gut. Er spielt heute einfach gut. Hübner. Lauf doch noch weiter raus, Hübner. Das würde mir gelegen kommen. Kruse. Ehrenamtliche Helfer? Welche ehrenamtliche Helfer? Los. Raus da. Rauf da, Kittel. Jetzt dürften wir doch den Sieg haben in der Tasche. Es sei denn, es passiert jetzt noch dummes Zeug. Prömel. Der Junge rennt einfach wieder komplett zurück. Weil er kann gerne ins eigene Tor rennen. Wenn er Bock hat. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Prömel. Max Kruse. Prömel, aber Duziak. Der lässt sich nicht lumpen, der Junge. Schön. Einfach rausgeschickt. Den guten Winzheimer, der sich da doch irgendwie durchsetzen kann noch. Sehr gut. Oh, das war schön mit dem Körper reingestellt. Aber irgendwie. Ich lasse mich halt immer wegdrängen. So, ne? Deswegen. Scheiße. Ich dachte, Duziak läuft. So eine Schande. Ja, Duziak habe ich gedacht. Und der ist dann einfach angehalten. Aber vielleicht auch besser so. Schön, Duziak. Einfach die Kontrolle, Mann. Du bist einfach der Mann. Schön. Duziak. Da ist Duziak. Da ist Duziak. Da ist Jatta. Da ist Winzheimer. Da ist das Tor. Ah! Also heute soll klappen, wa? Ha, ha. Ach, komm schon. Und wenn das keine merkwürdige Aktion war, der weiß ich auch nicht, ey. Ei, 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 ei. Duziak setzt sich da durch. Flankt zu Jatta. Der legt mit dem Kopf ab. Und Winzheimer mit einem komischen Sprung, wie man den da auch so treffen kann, weiß ich nicht. Aber der Torwart hatte wohl keinen Bock, den zu halten. Und Winzheimers viertes Bundesliga-Tor. Mensch! Der blinzelt und winzelt gar nicht. So gut, dann gehen wir nochmal in die Auswechselbank. Da gucken wir mal, wer hier. Nah, Rai, der könnte zum Beispiel kommen. Einer noch. Machen wir den Hack. Sorry, Wechselmöglichkeiten erschöpft. Ups, dann haben wir das geklärt. Und Duziak geht raus, der gute Mann. Für ihn kommt Narei. Wo kommt der? Narei, ins Geschehen. So, Max Kruse. Kruse. Friedrich. Ach, komm, schade. Ja, so, schön kommt Zombie. Kein Zombie. Sonny Kittel, weiß ich auch nicht, was der da gemacht hat. Nicht gut, auf jeden Fall. Prömel. Rudy. Der gute Sebastian. Kruse. Bülter. Ich meine, durch die Transfers könnte man echt denken, Union Berlin hat ein bisschen FIFA gespielt oder so. Ja, was Union Berlin da auch immer anstellt hier gerade mit seinen Innenverteidigern. Und rein das Ding. Ja, so, heute soll es gelingen. Wunderschön. Ja, da hat er einfach die Ruhe weg. Und hat dann sich einfach ausgeguckt, wo er den Ball da einfach abschließt, weil der Verteidiger von Union Berlin da überhaupt nicht ran ging. Weshalb auch immer. Guck mal, da konnte er mit links nochmal gucken, wohin. Und der Torwart hätte den auch halten können. Aber heute soll es einfach nicht Unionstag sein. Mann, Mann, Mann. Letztes Jahr noch die beste Offensive der zweiten Liga. Bier. Mit einem furiosen 11 zu 1 sind wir in die Saison gestartet. Die wurde leider in einem 24-Stunden-Stream. Die erste Folge aufgenommen und dieser 24-Stunden-Stream wurde von YouTube nicht mal hochgeladen. Das fragt sich doch einer mal, warum. Komm schon. Das war kein Abseits. Einfach rein das Ding. 6 zu 1. Jawohl. Äh, 0. Natürlich. 0. Die 0 muss stehen. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Äh, es geht. Keine Abseits, Mann. Wieso haben die das gedacht? Und dann Winsheimer, der mausert sich hier zum wunderbaren Stürmer. Mit idealer Tor-Statistik. Mann, der dürfte sein fünftes sein. Ja, fünftes Saisontor. Mensch, Mensch, Mensch. Der macht seinen Stürmer-Nahmen aller Ehre. Der Tirodde, der hat ja gefragt, ob er spielen darf. Aber der durfte jetzt nicht spielen. Tirodde ist für mich jetzt ausgebutet. Der ist jetzt sogar mein kompletter Ersatz. Letzte Saison noch der krasseste Zweitliga-Goal-Getter. Aber ich wollte ihm diese Ehre auch lassen. Denn in der Ersten Liga, es sollte doch abs... Leute, ihr versteht, wo ich hätte hingespielt, ne? Per Hacke zu meinem wunderschönen Kinn. Zombie, aber gut. Cruze. Prömel. Prömel. Ballrolle. Raus auf Bülter. Bülter mit komischen Hacke. Spitze 1, 2, 3 Sachen. Cruze. Prömel. Na, Cruze. Cruze wird ja aber vielleicht so ein bisschen zu alt sein sogar. Oh mein Gott. Ah, Domisi. Hat sich da schwer getan, auch diesen Ball anzunehmen. Das war sehr merkwürdig. Aber... Na gut. Bei Union Berlin läuft es heute wohl anders. Scheiße. Die Armen. Max Cruze. Schöner Pass auf Sebastian Rudy. Aber... Wiesinger ist... Halt ein bisschen. Gut drauf. Schön. Kittel. Winzheimer. Einfach... Ach, schade. Ach, der Pass hätte einfach besser kommen müssen. Aber ist klar, wenn man da nicht so gut steht, dann wird der Pass ungenau. Konter für Union Berlin. Holen sie sich noch einen Ehrentreffer. Ei, 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 ei. Könnte möglich sein. Prömel. Ah. Sven Ulreich. Oh, schön, 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 schön. Einfach jetzt aus. Also, die haben auf gut Deutsch gesagt, scheiße an der Haken, Leute. Freut mich, weil das gegen uns ist. Und das wiederum bedeutet, dass wir gewinnen und Punkte sammeln. Und jetzt kommt nochmal der gute Hack. Was für ein Ball. Das sollte eine Flanke zurück werden. Schade eigentlich. Hätte funktioniert. In den Rückraum. Rudy. Becker. Becker, Becker. Prömel. Und wir haben gewonnen. Den zweiten Sieg hintereinander. Und dann auch noch ein 6 zu 0. Wenn das mal kein Zeichen ist an die Fans. Ich liebe euch. So. Soll man dazu noch sagen? We are higher from the ground hier, ey. Da dachte ich schon wieder an der Verflucht. Der arme Romarius verflucht. Aber da, Duziak, setzt sich durch. Und der Torwart von Union Berlin sah einfach nicht gut aus. Guckt euch an, wie er da noch rutscht und schlittert. Duziak so für die Fans. Jawohl. Dann. Rüber. Da ist Duziak. Legt den aber ab. Und dann hat Romario auch sein Tor gemacht. So langsam finden sie sich als Einheit zusammen. Das sieht man im Training. Das merkt man auch langsam im Spiel. Der gute Romario. Dann war der Hack. Wunderschöner Doppelpass mit Duziak. Legt sich vor. Macht einfach mal einen eiskaltenen Abschluss. Hat er sich verdient, der gute Hack. Jawohl. Ach, Mensch. Oh, Mensch. Dann kommt nochmal der doppelte Winzheimer. Da. Erstmal nach diesem komischen Treffer. Duziak kriegt den Ball vor die Füße. Jatta legt ab. Komischer, aus der Luft genommener Volley. Schuss. Zack. Yo. Komplett unlogisch. So typisch FIFA-Haldi da, ne? Aber so macht man das halt, ne? Und dann nochmal. Oh, Bakkeri. Ach ja, Jatta auch noch. Den habe ich ganz vergessen. Aber da war ja der gute Winzheimer einfach frei. Das lässt er sich in diesem Jahr nicht nehmen. Und Jatta davor auch nochmal mit einem wunderschönen Treffer. Mit, oh, ich habe Zeit. Guck mal aus. Und schieße einfach rein, okay? So. Interview nach dem Spiel. Duziak mit 10,0. Die hat er sich vollkommen verdient. Hoffenheim, Leipzig. Gutes Spiel. Aber sie haben noch nicht gespielt. So. Winzheimer hat zwei Tore gemacht. Grandioser Auftritt von Winzheimer, der glückliche Junge. Oida. Wie kann der sporadisch sein, wenn der Stammspieler... Wie kann der unglücklich sein, als sporadischer Spieler der Stammspieler ist? Kompliment an den Gegnern. Wir waren aber besser. Hehe. Sie hatten ein knapperes Ergebnis. Wir hätten höher gewinnen müssen. Komm, wir haben da richtig rein da, ey. Ich danke Ihnen für das... Keine weiteren Fragen. So, und damit katapultieren wir uns auf Platz 14, Leute. Platz 14. Wir haben unseren Rivalen Werder Bremen überholt. Vielleicht spielen wir ja jetzt auch gleich gegen die. Oh mein Gott, wir spielen gleich gegen die. Krass. Das wird ein Derby, ey. Derby gegen den Abstieg. Oh Mann, ey. Und am Pokal gegen Dortmund haben wir direkt erstmal eine krasse Mannschaft da im Pokal. Das ist doch zum Mäusemelgen. Ach. Ja, natürlich sind wir gut genug. Wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren. Ich bin schuld. Ich bin schuld. Die Mannschaft ist super. So. Also, liebe Freunde. Verpasst das Derby im nächsten Spiel nicht gegen Werder Bremen. Schaltet wieder ein. Freut euch. Wie ich über die nächsten drei Punkte. Das ist doch schön. Zwei Spiele hintereinander zu gewinnen. Ist doch mal was Feines. Also schaltet das nächste Mal wieder ein. Und ciao. Ciao. Untertitelung. BR 2018